So, da bin ich wieder. Wir wollen heute den zweiten Teil machen von unserem Step- und Workout-Intervall-Training. Ihr braucht für dieses kleine Training wieder entweder euer Step-Bread, wenn ihr es zu Hause habt, oder euren Schuhabstreifer. Und wir brauchen heute noch dazu zwei Gewichte. Am besten, wenn ihr das habt, zwei wassergefüllte PET-Flaschen mit mindestens einem Liter. Das entspricht einem Kilo. Vielleicht habt ihr sogar 1,5 Liter Flaschen. Wäre ganz toll. Dann braucht ihr für das heutige Training noch zwei Tücher. Zwei Staubtücher, zwei Mikrofasertücher. Und eure Gymnastikmatte. Das ist das Material für unser heutiges Training. Wir trainieren heute in drei Minuten Intervallen. Wir machen ein Intervall an unserem Brett oder Schuhabstreifer und machen dann drei Intervalle als Workout. Ich wünsche ganz viel Spaß beim heutigen Intervall-Training. So, wir marschieren hinter uns am Brett. Atme ein, atme aus. So, los geht's. Wir beginnen mit drei Basic. Eins, zwei, drei, ein Step up. Basic. Eins, zwei, drei, ein Step up. Und eins, zwei, drei Step up. Eins, zwei, drei, ein Nielift. Jetzt machen wir wieder ein Nielift. Eins, zwei, drei, ein Nielift. Und eins, zwei, drei, ein Nielift. Und eins, zwei, drei, ein Nielift. Eins, zwei, drei, ein Nielift. Eins, zwei, drei, ein Nielift. Wir marschieren ab. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Basic Nielift. Nielift. Marschieren. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Basic Nielift. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Marschieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl. Zweimal stempeln, einmal Basic. Knee lift, go, basic, knee lift, stemme zweimal, stemme einmal, ein basic, knee lift, beim Stempeln, marschierst du nach außen, basic, knee lift, marschierst du nach außen, stemme, basic, knee lift, go, basic, knee lift, komm, nach außen, stemme, nach außen, stemme, basic, knee lift, walk, nach außen, stemme, basic, hopp, ein letztes Mal, nach außen, und marschierst, so, das waren die ersten drei Minuten, wir gehen auf die Matte, genießen die Beine, gerade rücken, verschränkt die Arten, roll dich zurück, und komm nach oben, wir wollen langsam abholen, aufholen, vier, zwei, fünf, sechs, sieben, Acht, roll dich ab, hol die Beine, streck sie, lange zwei, kurze zwei, Far und vier, vier, zehn, gleich弄 die Beine, streck sie, lange zwei, wachsen, und wir wollen die Beine, streck sie, lange zwei, cha, drei, drei, zwei, drei, zwei, drei, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gretchen, fünf, Gretchen, sechs, Gretchen, sieben, Gretchen und die Acht. Gretchen. Drehchen, drehen, zurück und tief. Tief, oben, drehen, strecken und tief. Tief, oben, strecken, hopp und tief. Hoch, drehen, hopp und tief. Und das letzte Mal. Nochmal hoch, nochmal drehen, nochmal hoch und tief. Hol dir wieder deine Tücher. Und dann mach das ohne Tücher auf den Teppichboden. Jetzt ist dein linkes Bein hart. Vor, zurück, öffnen, schließen. Fünf, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, hopp. Und noch einmal die Acht. Und noch einmal die Acht. Hopp, hopp, tief. Und tief. Zwei, 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 zwei. Stütz dich mit den Ellbogen. Spann. Und eins. Strecken, zwei, drei, vier. Hoch, durch, hoch und tief. Gebe rein. Einkommen nach oben. So, wir pauschen jetzt die Gewichter. Brustmuskeln. Ganz gut raus. Schnüpfchen auf kleiner Matte. In die Platte. Eins, zwei, drei und rück. Eins, zwei, drei. Zieh das Knie nach vorne, halte es hier und rück. Hopp. Und rück. Eins, zwei, drei, rück. Eins, zwei, drei, rück. Eins, zwei, drei. Nochmal rechts. Und halte rechts. Und ab. Und ab. Eins, zwei, drei, wieder nach oben. Langsam öffnen. Feder. Eins, zwei, drei, vier. Langsam schließen. Eins, zwei, drei, vier. Feder. Feder. Und schließen. Und langsam schließen. Sehr schön. Bis. Eins, zwei, drei, vier. Feder. Und schließen. Und schließen. Noch einmal langsam öffnen. Und eins, zwei, drei, vier. Feder. Schließen. Nach hinten mit langen Armen. Hoch. Und zweimal eng am Körper. Tief und hoch. Rück. Zwei. Hoch. Zwei. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Rück. Zwei. Hoch. Zwei. Tief. Hoch. Hoch. Rück. Zurück. Hoch. 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 Wieder hoch. Arme dran. Strecken. Zur letzte Runde. Zurück. Hoch. Und. Hoch. Hoch. Letzte Runde. Und. Hoch. Tief. Hoch. 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 Und. Keine Pause. Und jetzt gehen wir noch einmal ins Deckbeck. So. Alle wieder nach. Eins. Bisschen noch. Maschine nach außen. Einmal push. Ein basic. Einen Knie. Maschine nach außen. Ein push. Ein basic. Ein Knie. Maschine nach außen. Ein basic. Ein Knie. Ein Knie. Knie nach außen. Knie nach außen. Stempel. Hoch. 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 Stempel. 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 Wir legen da noch ein kleines Teil dran. Stempel. Stempel. Zwei repeater. Achtung. Zwei repeater. Zwei repeater. Zwei. 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 Faust weg. Zwei. 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 Und jetzt heben wir beide Teile aneinander. Achtung. Walk nach außen. Push. Walk sing. Hoch. Zwei 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 Und ein Faust Walk nach außen Push Boxing Hopp Zwei Zwei Faust Noch einmal Push Boxing Hopp Zwei 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 Faust Walk nach außen Push Box Hopp Zwei Zwei Faust Step up Jawoll Bist du bereit noch ein kleines Teil? Wir hängen noch ein Stückchen dran Marschiere Rechts Ich hätte gerne einen vierten Tüger Zwei Zwei Marschieren Go Sehr schön Erweiterung Eins Zwei 3, 4, 5, Basic. Jetzt machst du schon 5. 2, 3, 4, 5, Basic. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, Basic. 1, 2, 3, 4, 5, Basic. 1, tap, 2, 3, 4, Basic. Achtung. 1, rück, rück, tap, vor der 2, der Basic. Machier. Nochmal. Diese kleine Änderung. Achtung. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. Basic. Du kannst zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Steigen wieder auf. Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basic. Gut. Gut. Und dann machen wir eine 2er-Pengel. Go. 1, 2, 3, 4, 5. 2er-Pengel. Basic. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. 2er-Pengel. Basic. Und 1, 2, 3, 4, 5. 2. Basic. Step up. Sehr schön. Erinnere dich an unseren letzten Teil. Achtung. Achtung. Walk nach außen. Push step. Walk 6 step. Hop. 2er-Pengel. 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 1, 3, 4, 5. Jetzt Knie und Rückwärtsgang. Tap. 2er-Pengel. Basic. Inderhole das. Knie. Rück. Tap. 2er. Basic. Walk nach außen. Push step. Boxing step. Hop. 2er-Pengel. 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 Faust step. Kneel-Lift. Rückwärtsgang. Tap. 2er-Pengel. Basic. Step up. 2er-Pengel. Sehr schön. Zum Abschluss als Finale. Noch eine kleine Auge genommen. Den Basic. Am Ende machen wir über die Stufe. Over the top. Achtung. Achtung. Kneel-Lift. Rückwärtsgang. Tap. 2er. Over the top. Kneel-Lift. Rückwärtsgang. Tap. 2er. Over the top. Step up. Ich mach wieder mit. Weg. Kopft. Drief. Halbwärtsgang. Po-9. Sie gehen mit 2. Niemel. Rief. Tief. Tief. Hüh. Händel. Over. Sie gehen mit. Tief. 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 Händel. Und marschieren alle mit mir rechts. Macht mit mir. Von ganz vorne. Begin die Walking. Achte. Es geht nach außen. Gut. Wortschritte. Hopp. Zwei Hüpfiger. Zwei Hüpfiger. Zwei Hüpfiger. Nien ins Rückwärtsprach. Zwei Hände. Aubergine. Nien ins Rückwärtsprach. Zwei Hüpfiger. Aubergine. Set up. Jupp. Und jetzt begin die Walking. Push. Boxing. Hopp. Zwei Hüpfiger. Zwei Hüpfiger. Pnei. requerischen. Niede. Rückwärtsprach. Kente. Augevau. Niede. Rück. Č. Steier. Augevau. Steier zu llen. dr Понz ga. Und zum heutigen Step-A-Rogis-Flock machen wir jetzt zwei Mal durch als Finale. Bereits und wir gehen rechts, vor und nach außen. Push. Boxing. Hopp. Zwei Lone-Fieder. Zwei Lone-Fieder. Power-Step. Jetzt Niel. Rück-Tap. Zweier Hände. Over. Zweier Hände. Over. Zweier Hände. Over. Walk links. Push. Boxing. Hopp. Zwei Lone-Fieder. Zwei Lone-Fieder. Fausten. Niedel drücken. Zweier Hände. Over. Niedel drücken. Zweier. Over. Und der zweite Durchgang. Walk. Push. Box. Hopp. Over. Zwei Lone-Fieder. Zwei Lone-Fieder. Fausten. Niedel drücken. Tap. Zweier Hände. Nehlen drücken. Nehlen drücken. Nehlen drücken. Zweier. Over. Und wir gehen nochmal diese Seite. Wölzen Steps. Hopp. Zweier. Zweier. Five Steps. Noch einmal nähe, rück, tap, zweier Pendel, Auge, nähe, rück, tap, zweier, Auge, und marschieren, yes. Haken Sie. Das war heute unser kleines Step-Kombi, unser Dreiglöcke-Workout. Mach eins, der war locker, mach eher, steuern. So, und jetzt kannst du für dich wählen, machst du die Step-Folge nochmal, oder machst du zweimal die Mutter auf die Möcke durch. Schiebe es einfach auf deinem iPad, auf deinem PC wieder zurück, und wiederhol die Stelle, die du machen möchtest, Workout oder Step. Freunde, Babschen, ich nehme dir einen großen, einen Ausgabenzug. Ich bedanke mich, sage tschüss.